Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ich zeige euch jetzt die Herrn Longtide aus unserer eigenen RP-Kollektion. Diese Laufhose ist perfekt für die Übergangszeit oder für die kalten Tage und entsprechend gut kombinierbar mit Funktionsunterwäsche. Der Bund ist mit einer Flachkordel bequem und individuell einstellbar. Großflächige Mesh-Einsätze an den Schweißzonen sorgen für optimales Klimamanagement. Die verwendete, hautsympathische Mikrofaser ist nicht nur pflegeleicht und schnell trocknend, sondern auch atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend und rundet den Tragekomfort damit perfekt ab. An den Knöcheln endet diese Longtide mit arretierbaren Reißverschlüssen, die das Ein- und Aussteigen vereinfachen. Diese Reißverschlüsse sind außerdem noch mit Reflektoren ausgestattet, die zusammen mit dem RP-Logo für zusätzliche Sicherheit beim Laufen im Dunkeln sorgen. Wer eine lange Laufhose mit einem hohen Elastan-Anteil sucht, die nicht nur eine bequeme Passform, sondern auch gute Bewegungsfreiheit bietet, der sollte doch mal die Longtide aus unserer eigenen RP-Kollektion probieren. Und diese Hose könnt ihr in allen Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com .